Bevor dieses Video beginnt, möchte ich euch noch vorher sagen, wenn ihr Fragen oder sonst was für den Stream habt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr diese in den Kommentaren postet. Es werden Delici dabei sein, seine Freundin, ich und Kuchen, Real Kuchen, Kuro, es werden sehr viele Leute dabei sein. Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt, lasst sie in den Kommentaren da. Bis dann! Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf dem QX-Kanal. Heute nochmal ein anderes Video, und zwar ist dies eine Stream-Ankündigung. Ich werde heute Abend gegen 20 Uhr auf diesem Kanal live streamen, so wie Minecraft, GTA oder sonst was. Wenn du nichts verpassen willst, schau auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich einen Link zum Stream. Es werden noch andere Personen dabei sein, aber lasst dich überraschen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, hau rein und ciao!